Als Borussia Dortmund müssen wir in die Champions League und die Ergebnisse, die wir im Moment erzielen, sind natürlich nicht gerade positiv oder nicht gerade in die Richtung, dass wir unser Ziel erreichen und unser Offensivspiel hakt. Wir müssen uns mehr Torchancen herausspielen und die wir herausspielen klarer nutzen und das ist im Moment unser Manko.